Jo, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video ist jetzt relativ spontan und heute geht es weniger um Minecraft, naja, irgendwie auch schon, aber es geht vor allen Dingen erst mal um meine technischen Voraussetzungen. Viele von euch sind ja immer wieder der Meinung zu sagen, okay, die Videos sind scheiße, die Videos sind verpixelt, die Bildqualität stimmt nicht. Es laggt, natürlich, natürlich, aber liebe Freunde, wie ihr hier seht, haben wir auf Amazon etwas gefunden. Und zwar ist dies mein aktuelles Arbeitsgerät hier. Ich habe also keine anderen Möglichkeiten. Es ist ein Dell Inspiron 17 5770. Mit, ich schaue mal gerade, 8 GB Arbeitsspeicher, i5 Prozessor, unter anderem, und die Prozessorgeschwindigkeit liegt bei 3,4 Gigahertz. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich habe es mir gerade auch notiert gehabt. Ne, die liegt tatsächlich bei mir sogar nur bei 2 Gigahertz. Also selbst die Anzeige hier stimmt nicht auf Amazon. Sie liegt bei 2 Gigahertz und es ist sogar nur ein i3 Prozessor, sehe ich gerade, mit 8 GB RAM. Da stimmt dann letztendlich wieder. Dementsprechend ist letztendlich natürlich keine gute Qualität rauszuholen. Das muss ich euch dazu sagen. Das wisst ihr ja jetzt an diesem Punkt. Und gleich würde ich euch dann noch mehr zu meiner aktuellen Lage sagen. Also, bis gleich. So, ich musste gerade mal den Bildschirm wechseln, unter anderem, und ich kann euch dazu eins sagen. Meine Situation, ich möchte gar nicht großartig drum herum reden. Ich möchte auch nicht irgendwie, ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht einfach Mitleid oder sonst was erhaschen, sondern ich möchte mich nur erklären. Wie einige vielleicht schon wissen, bin ich bettlägerig. Ähm, und ich selber habe keine finanziellen Möglichkeiten, habe momentan nicht mal die Grundversorgung mit Lebensmitteln und Getränken gesichert. Ich habe, ähm, mir hier mit allergrößter Mühe und Not ein Headset absparen können. Dann ist es ja so, dass ich auch ingame selber nicht sehr reich bin. Ich habe natürlich schon viele, viele Sachen eingekauft, rausgehauen. Dementsprechend kann ich auch keine großen Verlosungen präsentieren. Ähm, das ist natürlich etwas schwierig, sodass ich halt auf, ähm, Mithilfe der Community angewiesen bin. Ich meine, klar, wenn man nichts hat und nichts isst, kann man nichts werden. Logisch. Aber vielleicht geht ja nichts durch harte Arbeit. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützen könntet. Wenn es jetzt finanziell wäre, okay. Wenn es jetzt ingame wäre, okay. Wenn es jetzt, ähm, anhand von Werbung ist, also wenn es jetzt auch anhand von Werbung ist, wäre das auch in Ordnung. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ansonsten, wie gesagt, gerne auch ein paar Themen da lassen. Also jede Unterstützung nehme ich gerne an, die ich kriegen kann. Und dies ist, wie gesagt, ein relativ spontanes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar Fragen beantworten, ein paar Hinweise geben, um zu sehen, warum es einfach letztendlich nicht möglich ist, hochauflösendere Videos aufzunehmen, die dann auch lagfrei sind. Ich habe bei Minecraft schon die ganzen Daten, die ganzen Einstellungen so weit runtergesetzt, wie es nur geht. Und trotzdem seht ihr ja, was passiert. Ich habe OBS möglichst gut eingerichtet. Ich habe andere Aufnahmeprogramme getestet. Aber es ist leider nichts zu machen. Daher kann ich daran leider im Moment nichts ändern. Ich wünsche euch dennoch einen schönen Tag. Macht es gut und ciao. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! So.